Herzlich Willkommen zu Bioshock Entfindet mit dem alten Mann. Ja, nach einer kleinen Pause nehme ich endlich mal wieder ein wenig auf. Oder möchte ich ein wenig aufnehmen? Oh! Das ist jedes Mal beim Laufen. Komisch, komisch, komisch. Guck mal, jetzt haut's hin. Das ist irgendwie... ne? So, ich musste mich wieder hinspielen. Ich bin natürlich da hinten gespawnt. Jetzt sieht man das denn von hier aus eigentlich. Da oben, da oben, wo dieses Flugboot ist, wo jetzt der kleine weiße Punkt ist. Da in dem Gebäude bin ich gespawnt. Da war doch diese Bruderschaft der Raben. Das haben wir in der letzten Folge, haben wir ja auch die Kraft dazu gekriegt. Das sieht man ja da unten hier. Unten links, da wo der Rabenkopf ist. Das ist der Überzeuger, das ist der Rabenkopf. Und wenn ich länger gedrückt halte, kann ich hier meine Kräfte auswählen. Aber ich werde mal die Raben lassen. So, und wir sollen ja jetzt zum Monument Island. Ja, wir sind hier der falsche Hirte mit dem wahren Namen oder dem wahren Namen. Mit dem Namen Buketewit, dem bürgerlichen Namen. Oh, jetzt falle ich hier noch runter. Naja, wollen wir mal gucken, ne? Betritt die Station. Oh. Bereich verlassen, ja. Das sind dann immer so Entscheidungs... Äh, Dinge, die muss man sich manchmal genau überlegen. Aber ich denke mal, wir haben hier alles so ziemlich... Äh... Ja. Erledigt. Comstock wusste, dass ich komme. Wer hat es ihm gesagt? Die, die mich hergeschickt haben? Ich soll eine Gondel nach Monuments Island finden. Oh, da war was. Das hat mir nicht gefallen. Hier ist eine Flasche. Ah, da gibt's Geld. Dollar Bill. Was gibt's denn hier? Green Fallenhilfe. 1485. So viel hab ich nicht... Ah, hier kann man die noch aufmotzen. Was haben wir hier? Muss ich nicht wundern, das mach ich prinzipiell. Auch wenn's nicht so viel Sinn macht. Aber... Jetzt muss ich, glaub ich, unterdrücken, ne? So war das, genau. So. Wir werden schon gleich was finden. Da ist wieder so ein... Oh. Scheiße. Äh, falsch! Seht euch vor, ich hab das DLC! Meine Waffen sind besser! Oh, nix drin. War das jetzt alles? Ich glaub, ich muss hier... Oh, da sind noch ganz viele. Schaut mal. Kommt da wer? Nein. Nein. Ich könnt ihr ja auch mal... den Nahkampfangriff nutzen, wenn ich wieder wüsste, wo der ist. Ach, da war der drauf. Aber... Echt? Ich bin doch noch so jung. Von der... Oh! Er schreckt mich nicht! Ist noch ein? Oh. Weggucken! Das sieht nicht so schön aus. Ist das er? Dann komm mal her. Ich warte. Was ist das denn hier? Hier liegen die Helme noch rum. Hier sind sie weg. Bistolen-Munition brauche ich nicht. Soll ich die mal benutzen? Hehehe. Oh, die ist gut, ne? Ist ja auch golden. Goldie. Habt ihr das ja schon mal in einem anderen Netzplay erwähnt? Kennt einer von euch die Serie Sledgehammer? Da hat der Protagonist immer mit seiner... Das war ein Polizist. Der Sledgehammer hieß. Mit seiner Waffe gesprochen. Und die nannte er Susi. Und die hier heißt Goldie. Komm, wir gucken mal rein. Was gibt's denn hier? Ah, Columbia staunt und erschrickt über seltsame Erscheinungen. Ja, den werden wir noch begegnen. Was ist das? Ich weiß es. Was sind das für Phänomen, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Kolumbias größte Denkerin schweigt dazu. Ja, die wird auch wissen, warum. Entschuldigung, ich musste mal was trinken. Mir krabbelt das heute in den Hals ein wenig. Ah, die hab ich doch schon dreimal... Eigentlich müsste ich doch das nehmen können. Ach, ich hab schon mehr wie 100. Ach, geht nicht. Ah. Ja. Das Essen scheint besonders gut zu sein. So viele fliegen und können sich nicht ehren, ne? Huch. Haben wir mal alles untersucht? Den hatte ich kaputt gemacht. Der ist jetzt wieder leer. Nehmen wir mal wieder die. Hier ist geschlossen. Warum dieses? Immer alles schön durchsuchen. Hat mein Opa schon gesagt. Ne, das hat mein Opa nicht gesagt. Ne Banane. Das war für meinen Opa übrigens was Besonderes, wenn es das gab. Ganz bestimmt, als er selbst Kind war. So, aber egal. Äh, da geht's weiter. Zigaretten brauche ich nicht. Da ist nix drin. Warum ist da nix drin? Hier ist auch nix drin. Den haben sie leer geräubert. Da blinkt was. Das will ich haben. Oh, ja, das krieg ich auch. Das ganze Geld. Guckt man da denn rein? Vielleicht von der anderen Seite. Ach ja, ich hab ja wieder was vergessen. So, dann muss ich ja mal ganz schnell hier... Halt. Countdown. So. Was ist denn hier? Munition für die Maschinenpistole. Pistole hab ich voll. Ich hab alles voll. Hier brauch ich nichts. Was gibt's hier? Krähenfalle und Teufelskusshilfe. Die könnte ich mir sogar leisten. Führt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Ja, den Teufelskuss, den werde ich noch oft einsetzen. Jo. Wie ihr gesehen habt, waren da zwei Pünktchen. Davon haben wir jetzt einen. Das heißt, wir können die Waffe nochmal aufbauen. Leider gibt es hier keine Speichermöglichkeiten. Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, wo die Folge anfing. Zutritt von Monument Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skylines. Die Skylines, ha? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ja. Wenn du nah genug an einer Skyline bist, kannst du mit der Leertaste drücken, um sie zu ergreifen. Da müssen wir hin. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Jo. Geil. Oh, wo geht's jetzt lang? Hier geht's rum. Da, auswählen! Es gibt eine Gefahr. Der falsche Gürtel, der ist in Colapia. Voller Hand, habt ihr und adlist, wie alle seines Schlags im Sodom unter uns. Er sucht das Lach und eilt zu seinem Turm. In diesem Moment. Er wird böses im Schilde. Gar nicht. Lüge. Aber ich hab was Schönes gefunden. Was nehmen wir denn? Ich nehme mal das Schild erst. So. Ich fühl mich schon besser. Ist das Schild ein bisschen größer? Ja, es lohnt sich immer mal, ab und zu mal hier so ein bisschen herumzuschauen und zu gucken. Da müssen wir hin. Gut, jetzt geht's hier oben lang. Guck mal, da ist der Nächste. Kriegen wir hier so eine Markierung? Ja. Aha, hier hätte ich sowieso hingemusst. Hier sind Salze. Ist hier noch irgendwas anderes Schönes? Hier ist ein Boxofon. Mit J war das hier. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Ja. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde? Selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Aha. Das wollen wir mal. Ach so, jetzt habe ich... Wo kommt denn das ganze Öl her? War das vorhin auch schon? Jetzt kann ich hier weiter. Von da sind wir gekommen, nehme ich mal an. Sagt der immer Fuck. Zu was. Oh. Hehe. Wer unterhält sich denn da? Ach, die da unten. Welchen nehme ich mit denn? Weißt du was? Die. Oh. Das war aber schön daneben geschossen. Ich bin ein Narr. Aber es ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Ich will das Fernglas, das sieht schick aus. Das wird schnell gehen. Ach, die sitzen hier oben drin, aber. Hat er noch was? Eine Birne. Warum? Ich bin doch so lieb und nett. Sag mal. Ist hier nichts mehr? So. Ich hoffe, ihr versteht das auch alle sehr gut, was der da die ganze Zeit sappelt. Ich nehme an, der sitzt da oben. Da ist auch eine Tür auf. Guckt mal. Da. Da ist eine Tür auf. Da. Ne Cola. Dann werde ich nicht nebenbrauchen. Ich gehe mal an den Haken. Oh. Ja, ich glaube, ich werde hier sterben. Keine Angst, es gibt noch mehr Waffen. Das waren jetzt hier nicht unbedingt meine Waffen, meine Lieblingswaffen. Angriff! Angriff! Oh. Ich habe mich, ich vertue mich immer. Ich habe manchmal den, genau auf dieser Taste habe ich manchmal den Angriff. Ich muss mich, ja, ich spiele auch noch andere Spiele und dann sollte ich das vielleicht mal einstellen. Dann brauche ich mich nicht immer rausreden. So, aber mir passiert ja nicht so viel. Ja, Geld kann ich wieder gut gebrauchen. Weil ich ja, das ist ganz schön dunkel hier. Weil ich ja, äh, diesen Schild habe. Das ist dieser kleine gelbe Balken. Und der muss erst weg sein. Da müssen wir ran. Der muss erst weg sein, bevor ich Lebensenergie verliere. So, wo geht es denn jetzt lang? Wow, das ist ganz schön hoch. Da müssen wir hin. Da schießt wer. Der, der du in Delaware überquert ist. Der hört sich so ein bisschen immer alles nach den Kriegen und Bürgerkriegen in Amerika an. Und hat auch tatsächlich immer was da, irgendwas damit zu tun. Guck mal hier, die tun mir aber nichts. Die lassen wir mal hier stehen. Die lassen sich gar nicht stören. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich, Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bokka. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Kolumbia, Bokka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh! Geh zurück in das Odo, aus dem du kamst! Tja, das war der Prophet. Er hat ein paar Dinge erzählt. Ich meine, wenn man das Spiel nicht kennt, dann kann man die erstmal nicht zuordnen. Aber ich kenne es ja nun. Ich habe ja gesagt, ich spiele das nicht zum ersten Mal. Ich habe mal eben den Ventilator ausgemacht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu kühlen. Und Anna zum Beispiel, also ja, hat ja eine Anna erwähnt und das ist seine Tochter. Wenn ihr euch erinnert... Jetzt hat er hier irgendwas kaputt gemacht. Der Taste greifen. Fuck! Wenn ihr euch erinnert, zu Beginn war kurz mal seine Hand zu sehen. Und da stand ARD drauf. Das steht meiner Meinung nach für Anna de Witt. So. Was läufst du hier für Runden? Was stehst du da? Ich töte dich! Aber so doch nicht! Buh! Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ich glaube, er wollte mich totstarren. Mit einem finsteren Blick. Kann ich hier reingehen? Ah, die kann ich öffnen. Aber wir gucken uns hier erstmal um. Oh, interessant, interessant, interessant. Ja. Der Zeiger sitzt hier an einer sehr interessanten Stelle. Aber das tut er hier überall. Das muss wohl so. Gut. Ist hier irgendwie noch was? Das hier kann man was abwerfen bestimmt. Zum Beispiel. Neugierige Booker de Witts. Hier ist ne Kiste. Hier ist ne Kiste. Orange. Vitamine sind gesund. Hallo, Schwester. Oh, Geld. Ein Gebietsbuch. Ach, die Worte des Propheten. Ja, das ist vor allen Dingen ein Gebietsbuch. Das ist die Lady Comstock. Und der Vater. Steht das da auch? Da steht gar nichts. Hier ist die Steuerung. Äh, E. Steuerung man nicht hier. Da ist er. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Puh. Himmel. Blöde Kuh. Was ist hier raus? Willkommen aus den Zeppelin. Oh, ich hab nicht gegriffen. Ich glaub, ich sterbe gleich. Jetzt aber. Das hab ich gar nicht in voll genommen. Da, da. Kann man sich da selbst verbrennen? Da geht's ab. Und wo geht das Ding jetzt hin? Wenn da jetzt Häuser drunter sind. Oh, oh. Es gibt doch gar keine Ruhe, das Ding. Na, okay. Wo sind wir denn jetzt? Da ist wieder ein Verkaufsautomat. Aber ich schau natürlich erstmal hier rum. Also nicht rum. Aber, ähm, ja. Es lohnt sich nicht so wirklich. Hier soll man nicht durchgehen. Oder dann... Gehen wir da mal nicht lang. Hier geht's runter. Ja, ich weiß. Wir müssen hier oben lang. Man könnte sich das auch anzeigen lassen. Ziemlich eindeutig, ne? Huch. Munition brauche ich nicht. Ah, hier sind wieder... Das ist nur so ein Automat. Oh, guck mal. Hier liegt noch Munition. Ich hab alles voll. Ja. Dann wollen wir mal Monument Island betreten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So wie sich das gehört. Bis dann. Tschüss. Tschüss.